Endlich Sommer! Mein großes Problem im Sommer ist regelmäßig, dass ich mit Freunden auf der Terrasse, auf dem Balkon, am Strand, wo auch immer, draußen sitze, nach Feierabend eine Flasche Wein trinke und die viel zu schnell leer ist. Diese normalen 0,75 Liter Flasche Wein ist ja nix, wenn man mit reichen Leuten zusammensetzt und was trinkt. Abhilfe schafft uns dieses Jahr der Liter. Der Liter ist ein Gemeinschaftsprojekt von Katharina Wechsler und Kai Schätzl. Katharina Wechsler und Kai Schätzl sind zwei Superstars. Sie sind einfach super Newcomer, Aufsteiger, Winzer aus Rheinhessen, die richtig Vollgas geben, ganz tolle Weine produzieren, die sich zusammengetan haben, weil sie sich sympathisch finden und diesen Liter auf den Markt gebracht haben, weil ich glaube einfach, dass sie das gleiche Problem hatten wie ich. Der Wein, ich habe ihn gerade schon probiert, super frisch, ganz knackig, ist toll für draußen, ist ganz leicht, hat so leichte Citrusnoten, es ist wirklich ganz erfrischend, ganz klar, ganz knackig. Super lecker, tolles Format, der Liter, ja. Man muss jetzt weniger laufen und es ist limitiert. Greift zu.